Mein höchstes als ich geschafft habe? 100. 100? Ja, mit der letzten Sekunde haben wir es noch geschafft, mit randoms war das. Haha, okay. Es gab 1459 bis aufs hundertstel genau. Hm. In Chat stand nur noch, von wem wir hatten 0,000 Zeit gehabt. Verarschen, warum geht der vorbei? Wo ist mein Voodoo? Wolltest du da eine Tür stecken? Versuch's. Oh. Er kriegt trotzdem nur damage. Ah, der kriegt keinen Schaden. Ah, jetzt kann sie den. Aber kein Trash mehr, ne? Ein bisschen gezogen. Nun nimm mal mit. Schau weiter. Hier sind blaus. Ach, unten. Ich bin nicht mehr raus. Ah, das trägt doch da. Das trägt doch da. Verbindung. Soll ich direkt ziehen oder noch warten? Na, warte noch. Ohja, okay. Mach einfach gescheit. Jo, stack auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich würd sagen, kannst du nehmen. Warte noch. Hier, guck mal. Und jetzt. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh jetzt wieder Schild hat man nicht hin das muss die dicken christian ist durch die türen doch kriegst du ja eigentlich schon da ja jetzt sind die aber da jetzt sind wir in der tür sagen schreien aktivieren oder das haben wir vielleicht kein trash mehr und noch ein bisschen noch ein blaues und ein gelbes noch es steckt aber hier an der tür dann gehen wir gleich runter fangen wir nicht mit weiter ach zu weit doch nicht boah den hast perfekt rein geworfen der blaue ist draußen oh verdammt ja 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 Okay. Arkan kommt. So, jetzt sollen wir lieber weiter links rein? Ja, genau. So, eben hier noch. Okay. 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 Ihr seid jetzt nicht alle rausgeflogen, oder? Ich nicht noch. Ah, wir haben ja Zeit. Bleib liegen. Ja, ich bin schon aufgestanden. Komm zu mir sterben. Ich wehre mich. F*** euch. Das Spiel verlassen. Ne, die hatten gerade schon Disconnect. Ist ok. Ah, wir haben ja noch zig. Ja, Machtschrank. User entered your channel. Ist da wieder kein Bock? Ist das eine Pisse? Ja. Tu mal gleich in Ruhe deinen Router starten, also neu starten und all so'n Kram. Es hat damit nichts zu tun und sind einfach wieder umflogen. Aber ihr habt doch zwei unterschiedliches Internet, oder? Aber beides beim selben Anbieter. oder was? Nein. Guten Abend. So eine Scheiße, was ist das? Lütter nicht, hast keinen Bock. Komm mal ran hier. Das war so perfekt. Ja, noch habt ihr zwei Minuten. Ey, willst du auch noch da? Ja. Er will? Ja. War ja. Schade. Losici, komm online. Ich geh auf die nächste Ebene, damit ihr mich auf der Karte seht. Der lang muss. Ne, brauchst du nicht. Wir wissen schon. Trotzdem, hier stehe ich grad sicher. Drei Minuten, 42. Aber wir haben ja Macht. Der richtig besteht. Ein paar Sekunden ist ja down. Wie fliegt der Ebene, war das? Äh, zweite. Pass auf, jetzt gleich sind die hier. Die schreien. Bam, fliegen die raus. Oder beim Loot. Gewalt. Drei Minuten, alter. Voll gut, du hast da einen Trashier gehabt. 3 minuten 50 ah scheiße, reicht aber trotzdem nicht was hier so rumsteht, sind 3% hier in dem kleinen raum sind noch trash drin 100% ok, kommt da drin zu stacken ist scheiße, lass mal hier bleiben bleib hier draußen, sonst zieh ich das gleiche roll junger, friss googeln, immer aufheben warum immer, eigentlich immer wenn deine phase kommt arkan kommt kannst schon mal zum schreien gehen und drücken ja jetzt drücken nicht weg vom pack verschwindet das egal, der kriegt noch hau rein junge weiter bugeln ja jetzt ja 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 ja